Ich bin froh und erleichtert heute Abend, erleichtert deswegen, weil wir nach zwei Jahren Bauzeit und endlich für Sempa 2 ein Zuhause haben und natürlich sehr froh, weil wir mit einer tollen Produktion, mit einer Uraufführung hier begonnen haben und da macht man sich ja auch viele Gedanken. Es soll ja ein guter Start werden und der ist uns gelungen. Wir haben hier für alle die Gelegenheit, die Chance auch, sowohl für die Künstler, wie aber auch für das Publikum in einer Art und Weise zusammenzukommen, ohne einen Orchestergraben dazwischen, eine ganz besondere Nähe herzustellen, die nochmal eine Bereicherung darstellt. Die Spielstätte, diese Art Blackbox, finde ich hervorragend. Also wie eine große Raumbühne einfach. Also ich bin jetzt nicht der Superfachmann, aber ich fand, der Sound kam gut rüber. Mit anderen Bühnenbildern sieht man natürlich den Raum dann wahrscheinlich nochmal anders. Also ich freue mich drauf auf die Saison. Wir haben ein rundes, spannendes Programm ab der Spielzeit 2016 auf Sempa 2 Parade und deswegen lade ich Sie ein. Schauen Sie rein! Und manchmal sieht er aus, was ich denke. Ich will gar nicht wissen, was er sich jetzt überliegt. Applaus So, ich freue mich drauf! Und das war so! Und das war so! Aber da dürfen wir nichts mehr machen! Wir befinden uns in den nächsten Mal! Ja! Und das war so! Und bei der Saison! Und ich freue mich! Und das war jetzt! Und ich freue mich! Und ich freue mich! Und ich freue mich! Ich freue mich! Vielen Dank.